Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch hier auf dem Gutschimper bei Hain Simons. Da habe ich auch schon den Mann des Tages, Hain. Kommen Sie mal bitte zu mir. Unser Hain Simons. Wie ihr alle wisst, Hain hatte ja vor ein paar Tagen Geburtstag. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, liebe Heim, Happy Birthday to you. Jawohl! So, und in diesem Sinne gebe ich jetzt mal die Bühne frei für den Klaus, unser Schlager Klaus, mit dem Gebärdenchor Voice Hands. Viel Spaß! Um absolute Aufmerksamkeit für diese jungen und wunderhübschen gehörlosen Damen. Der nächste Song ist aktuell aus dem Grunde, weil in Ukraine und in anderen Ländern gerade es zur Zeit nicht so schön ist und die Menschen, die Menschen sich bekriegen. Deshalb habe ich einen Song geschrieben, ich wünsche mir Frieden. Auf die Frauen achten! Warum müssen die Menschen sich nicht lieben? Warum muss das alles nur so sein? Warum können die Menschen sich nicht lieben? Ich wünsche mir Frieden und keine Kriege, ich wünsche mir Frieden und Freiheit auf der Welt. Ich wünsche mir Frieden und Freiheit auf der Welt. Ich wünsche mir Frieden und Freiheit auf der Welt. Ich wünsche mir Frieden und Freiheit auf der Welt. Ich wünsche mir Frieden und Freiheit auf der Welt. Ich wünsche mir Frieden und Freiheit auf der Welt. Ich wünsche mir Frieden und Freiheit auf der Welt. Ich wünsche mir Frieden und Freiheit auf der Welt. Ich wünsche mir Frieden und Freiheit auf der Welt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Thank you! ... 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